so einen schönen guten tag herzlich willkommen liebe medienvertreter auch an die zuschauer der eintracht medien einen schönen tag am samstag durfte erstmals schon den ersten sieg mit der neuen mannschaft feiern und jetzt stellen wir ihn offiziell vor herzlich willkommen markus schubert hallo ausgeliehen vom fc schalke 04 zumindest für diese saison und ja schon ein paar trainingseinheiten gemacht heute war ja waren ja viele spaßelemente mit dabei wie hast du es insgesamt die ersten tage in frankfurt zu empfunden ja ich denke ich habe mich besetzt ganz ganz gut eingelebt wie es natürlich in der ersten woche ein bisschen normal es ist natürlich ein bisschen stressig neues umfeld neue mannschaft lernst natürlich alle neu kennen aber es hat mich jeder top aufgenommen in der mannschaft und auch von den mitarbeitern die ich bis jetzt alle kennengelernt habe ist überragende stimmung hier ist ein miteinander und ich fühle mich auf jeden fall wohl hier ansonsten die ersten einheiten mit jahn zimmermann du hast ja die ersten tage mit kevin trapp trainiert das ist diese woche bei der nationalmannschaft also da auch da ein bisschen veränderungen aber wie lief es im torwarttraining für dich ja das war auch in der torwartgruppe wurde ich da auch super aufgenommen was was mir auch wichtig ist oder als ich mit simon telefoniert habe ist ihm das auch wichtig dass man miteinander arbeitet in der torwartgruppe und ja die ersten einheiten haben richtig spaß gemacht mit trappow ja jetzt ist er leider weg bei der nationalmannschaft könnte übler sein aber ich freue mich auch wenn er wenn er wieder da ist dann bist du die nummer eins hier ausgesehen eure fragen bitte wenn ihr mit heinrich fußball news hallo erstmal herzlich willkommen blick zurück du warst jetzt ein jahr auf schalke das letzte halbe jahr war glaube ich ein schwieriges jahr für dich kannst du uns da vielleicht irgendwie noch mal ein bisschen mit reinnehmen die zeitrevue passieren lassen war das vielleicht so für dich auch die härteste zeit als fußballprofi und gibt es da vielleicht auch so phasen wo man so einen schritt oder so einen wechsel auch bereut also in erster linie bereue ich diesen wechsel zu schalke gar nicht eher bin ich sogar glücklich also so dummes klingt bin ich eher glücklich dass es auch für mich so gelaufen ist wie es gelaufen ist weil so so viel wie ich letztes jahr lernen konnte hätte ich wahrscheinlich nirgendwo anders lernen könne daraus konnte ich brutal viel für herausziehen für mich selber in meiner persönlichkeit einfach in meiner entwicklung so dass ich jetzt natürlich auch viel reifer bin und natürlich war es was nicht einfach war natürlich nicht glücklich in der situation aber im nachhinein wenn man die richtigen schlüsse draus zieht hat es mir brutal geholfen thomas kirchenstein frankfurter rundschau lassen wir mal zurückgehen wie war denn der der wechsel überhaupt sie sind ja sicherlich nicht freiwillig nach frankfurt gekommen ist ja der jochen schneider zu ihnen gegangen da hier du gehst nach frankfurt weil wir den röno nehmen oder wie ist das passiert also ohne mich läuft ja erst mal gar nichts erst mal muss ich diesen wechsel wollen sonst hätte der gar nicht stattgefunden deswegen war es schon schon meine freie entscheidung ja ich habe dann anrufe halten dass eintracht an mir interessiert ist mit einer mit einer leihe dann habe ich mit mit zimmer telefoniert die die gespräche waren top und ja alles andere hat sich dann halt so ergeben und in der letzten war war ich das erste mal bei bei frankfurt auf der bank ungezwungen als außenstehender denkt man ja immer erst mal gerade ein junger torwart weil er auf der teutag position ja nicht so viel gewechselt wird normalerweise außer als auf schalke letzte saison gerade als junger torwart ist doch extrem wichtig viel spielpraxis zu sammeln was versprichst du jetzt trotzdem von diesem wechsel nach frankfurt weil wenn alles normal läuft und kevin trapp gesund bleibt dann wirst du ja nicht auf deine spiele kommen in diesem jahr wenn du das einfach noch mal erklären könntest ja natürlich erst mal habe ich natürlich auch mit zimmer telefoniert wie wie ich schon gesagt habe ja neues umfeld ist ja auch immer wieder wieder neu oder man man muss lernen sage ich mal sich da sich da zurechtzufinden was ein ja in der persönlichkeit auf jeden fall voranbringt und auch dass das torwarttraining ist ja auch wieder ein stück weit anders da kann man sich auch schon entwickeln also im training ist jetzt nicht so dass wir nur irgendwie die bälle hoch halten sondern da hat man schon ein paar aufgaben und ziele um sich um sich zu verbessern deswegen klappt das auch ganz gut im training Ulrika Sickenberger von der bild Markus du hast eben gerade gesagt dass du wenn man die richtigen schlüsse aus der zeit von schalke zieht dann dann hat das auf jeden fall was gebracht was sind denn die schlüsse die du gezogen hast für dich ja ich habe mir natürlich ja auch gedanken gemacht im urlaub habe mir ein zwei leute sage ich mal noch an mich rangezogen habe sage ich mal meinen meinen ja wie soll ich sagen mein schatz erweitert gehe jetzt nicht mehr so oder mache mir selber nicht mehr zu viel zu viel druck sondern versuche einfach spaß zu haben beim am fußball das ist das allerwichtigste und so kannst du befreit aufspielen und auch erfolgreich sein jörg daniels frankfurt allgemeine zeitung war eine sehr turbulente zeit dann auch auf schalke 04 mit vielen nebengeräuschen nübel sie mussten dann relativ schnell auch funktionieren wenn sie denn fehler gemacht haben oder wenn ihnen fehler unterlaufen sind was 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 waren diese fehler war das mangel der erfahrung war das zu viel unruhe drumherum nicht genug erfahrung auf ihrer seite wie wie würden sie das einschätzen sie haben es gerade angedeutet sie hätten sich zu viel druck gemacht so im rückblick wie was kam da zusammen damit sie vielleicht nicht dauerhaft den sprung zur eins geschafft haben in schalke nein das hatte glaubt nichts damit zu tun wie wie oft wir den torwechsel sag ich mal verbracht haben oder nicht es kam ja dann die ersten spiele liefen ja alle alle top hat ja auch niemand gemeckert glaube ich zumindest weiß ich nicht ich war zufrieden mit den spielen dann die letzten drei spiele nach dem nach dem restart das waren eher die die spiele wo ich mir selber zu viel druck gemacht habe wo ich gesagt okay ich bin ein Torhüter der 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 es liebt vor vielen zuschauern zu spielen wenn wenn der druck sag ich mal auch am größten ist und das wusste ich natürlich zu dem zeitpunkt so habe ich mir natürlich auch gesagt okay geisterspiele du weißt da bist du da ist wie ein testspiel von der atmosphäre da musst du trotzdem höchstleistung bringen und da habe ich mir zu viel druck gemacht und ja das war am ende verkrampft aber daraus habe ich natürlich auch gelernt gerne nachfrage hätte sich mehr vertrauen auch gewünscht dann auf schalke dass man ihnen über längeren zeitraum dann auch das vertrauen schenkt ja also das habe ich auf jeden fall bekommen vom von meinem torwärts trainer ja so so waren die umstände und in der mannschaft lief es jetzt auch nicht so so gut deswegen ja kommen dann wenn der torhüter mal zwei drei etwas schlechtere spiele macht dann schaut man eher erst mal auf ihn statt auf die die spieler und so kam natürlich auch der torwechsel zustande das der job des oder das das los des torhüters das man dann wahrscheinlich auf der position wechselt aber ich bin auf keinen fall sauer und so mir hat es auf jeden fall viel mehr gebracht als geschadet und das legate büge gegen uns zu null ja auch nicht vergessen wie schmidt dafür kann ich mich nicht entschuldigen du hast gerade gesagt hast du dem torwarttrainer gesprochen also sowohl in schalke viel vertrauen als auch jetzt mit simbo gibt es da wirklich noch große unterschiede im torwarttraining würde mich interessieren oder ist es nicht irgendwo dann doch das gleiche ja von den übungen auf jeden fall hier legt man auch sehr viel wert auf das athletische um und auch auf die die fitness die wir sag ich mal auf schalke übers ja übers training sag ich mal über die die wiederholungszahl sag ich mal gelegt haben die art und weise ist natürlich ein bisschen anders aber man hat trotzdem die gleichen ja gleichen ziele oder die gleichen gleichen bausteine auf die man die man achten will so viel verändert sich da jetzt nicht wirklich nur die art und weise wie man das drehen sag ich mal angeht julian franske noch mal eine frage zu diesem thema druck das geht ja eigentlich nicht per knopfdruck dass man sagt so jetzt mache ich mir keinen druck mehr das ist ja leichter gesagt als getan gibt es da irgendwelche bestimmten übungen hast du vielleicht auch mit mental trainer zusammengearbeitet im sommer weil du ja angedeutet hast hast du irgendwie dann so dein umfeld irgendwie vielleicht erweitert wie wie schafft man das weil gerade als torwart was auch angedeutet man steht ja ganz besonders im fokus und sehr klar als letzter man hinten wenn da ein fehler passiert dann zeigen sofort alle mit dem finger auf einen und dann zu sagen jetzt mache ich mir keinen großen druck mehr ist sicherlich das richtige aber so leicht ist es ja wahrscheinlich gar nicht das problem war ja nicht der druck von außen das problem war ja ich selber dass ich mir selber zu viel druck gemacht habe ich liebe es ja auch im fokus zu stehen sage ich mal oder ist man ja so oder so als torhüter ja also ich habe natürlich ein zwei übungen beziehungsweise habe mir mein ein zwei leute dazu dazu dazugeholt aber darauf muss ich jetzt nicht näher näher eingehen oder möchte ich nicht jetzt da weiter ich bin auch neu zu gang stefan kiske vom hessischen rundfunk hallo erstmal willkommen in frankfurt ich habe eine frage nicht und zwar jetzt hat sich ralf fährmann verletzt jetzt denkt man sich dann doch vielleicht irgendwie wäre ich dann doch bloß mal bei schalke geblieben oder oder was geht jetzt gerade in dir vor denkst du dir so war die leider doch ein bisschen zu verfrüht oder oder hast du gar keine reue sozusagen nein reue habe ich natürlich nicht das ist nicht die erste frage die ich da gehört habe aber ja ich habe ja sag ich mal bewusst diesen schritt gemacht deswegen bereue ich das auch nicht dass jetzt sag ich mal gleich im ersten spiel da ein torwartwechsel vorgenommen wurde oder dass sich da alle verletzt hat leider gottes also da freut man sich ja eh nicht dass er selbst hier wenn ich spielen sollte hoffe ich natürlich nicht dass sich da trapo oder irgendjemand verletzt dass das allerletzte aber bereuen tue ich es auf keinen fall christopher michel sport eins ja hallo markus willkommen auch von mir zweite liga eine erste liga war hast du ja auch bewusst den schritt gemacht kannst du einfach mal erzählen wo waren da für dich die größten unterschiede was hat dich in deinem ersten jahr am meisten irgendwie beeindruckt imponiert und wo sagst du ein also interessant ist mir für mich tatsächlich die unterschiede die du siehst im torwartspiel die zweite liga erste liga das torwartspiel an sich verändert sich jetzt nicht nur einfach das niveau es war natürlich letztes jahr eine umstellung von der von der zweiten liga zur ersten liga da weiß ich noch die ersten trainingseinheiten da wusste ich nicht wirklich wovon und hinten ist weil du wolltest denen das natürlich auch zeigen dass du ein guter bist war auch neues umfeld neue liga neuer verein das war auf jeden fall eine viel größere umstellung als jetzt sag ich mal von schalke zu frankfurt daran hat man sich an das niveau natürlich gewöhnt weiß was man ungefähr machen muss ja Benjamin Heinrich Kann man denn irgendwie sagen dass dieser schritt jetzt zu eintracht frankfurt also auch zu einer klaren nummer zwei im prinzip so ein bisschen ja ein schritt zurück ist um anlauf zu nehmen für das nächste jahr wo du jetzt einfach ein jahr zeit hast um wirklich ganz gezielt auch an schwächen zu arbeiten stärken auszubauen an deinem torwartspiel zu arbeiten ja kann man so sagen hast du schon geantwortet ja also ein schritt zurück würde ich jetzt nicht nennen ist einfach ein neues umfeld andere andere torwart trainer oder auch andere trainer wo man natürlich auch noch mal input bekommt oder wo er vielleicht noch mal was sieht okay da könntest du was besser machen oder da da bist du gut und daran können wir auch arbeiten ja da arbeiten wir natürlich gezielt dran erbisch mit eine frage habt ja in schalke nun extrem unter druck stand als mannschaft als verein in den letzten monaten auch jetzt ja gleich am start wieder spürt man denn dann da ein unterschied wenn man hierher kommt der amin jones hat gestern hier gesagt man spürt hier dass die jungs unglaublich bock haben auf fußball dass die spaß dran haben kann mir vorstellen da sind schalke der spaß im moment etwas bescheidener ist spürt man das ja man spürt natürlich unterschied hier hatte man natürlich auch guten start man will gewinnen die stimmung ist gut hat viel spaß in der in der truppe natürlich ein kleiner unterschied wenn du ein paar spiele mehr hintereinander verlierst ist natürlich ja ein bisschen schwieriger da da rauszukommen aber ja hier merkt man auf jeden fall dass man dass man gewinnen will und dass man auch alles dafür tut christopher michel ja in frankfurt sind ja so ein paar auf schalke sind ein paar ex frankfurter unterwegs gewesen hast du mit denen vor deinem wechsel mal geredet gerade bastion cipka war ja auch hier lange oma mascarell haben die dir auch ein bisschen was davor erzählt bevor du hier den schritt gemacht hast die haben ja auf jeden fall gesagt dass sie hier eine super zeit hatten frankfurt eine tolle stadt ist auch der verein super ist auch eine gute stimmung immer herrscht ja und das ist ja auch einfach wie schon von sagt miteinander ist und auch einfach ein guter zusammenhalt besteht julian franske ging es denn in den gesprächen perspektivisch auch schon darüber wie es dann weitergeht nächsten sommer also ob da irgendeine perspektive aufgezeigt dass man gesagt hat mensch wenn das gut funktioniert dann finden wir da schon irgendwie eine lösung und dann bleibst du dauerhaft bei uns oder ist es auch für dich so dass du sagst deine zeit in schalke ist eigentlich noch nicht zu ende und du kehrst dann einfach mit neuem selbstbewusstsein und ein jahr zurück oder war das jetzt alles überhaupt noch kein thema bis jetzt also habe ich mir jetzt persönlich noch nicht so viele gedanken gemacht weil ja noch eine zeit bis dahin ist aber natürlich hat man darüber kurz mal gesprochen wenn es gut läuft kann man sich natürlich auch vorstellen dann auch länger hier zu bleiben das ist natürlich auch klar weitere fragen benjamin heinrich eine frage die über die eintracht hinausgeht u21 nationalmannschaft die letzte länderspielpause hast du verpasst weil du auf schalke bleiben solltest die länderspielpause jetzt bleibst du hier weil du dich in frankfurt eingewöhnen sollst wie waren da die gespräche mit stefan kunz und wie siehst du da auch den konkurrenzkampf gerade auch im blick mit auf die beiden turniere nächstes jahr ja die erste länderspielmaßnahme hätte ich so oder so nicht dabei sein können weil ich ja in quarantäne war und kontaktperson war jetzt bei der zweiten haben wir es natürlich so gemacht ich soll mich erst mal hier einleben das tut mir auch gut oder tut allen beteiligten gut wenn ich hier mich dann auch zurecht finde und nicht gleich wieder wieder weg bin für 14 tage und natürlich hoffe ich auch dass ich dann im november das nächste mal wieder dabei bin weil ich war ja sag ich mal letztes jahr schon auch bei der u21 dabei und will natürlich auch nächstes jahr bei em oder oder auch lümpel natürlich dabei sein jetzt hast du ja größtenteils für mannschaften immer gespielt die ja wirklich auch geile fans haben einfach also für dresden schalke jetzt eintracht frankfurt ist das für dich auch ein ausschlaggebendes argument warum du jetzt gerne auch zu eintracht gekommen bist weil du jetzt bisher auch immer für so ja ja wirklich fans starke mannschaften gespielt hast ja auf jeden fall also traditionsreiche reiche clubs auf jeden fall die die liebe ich da macht es am meisten spaß weil auch viele viele emotionen dabei sind positiv natürlich auch negativ aber ja lieber so als sage ich mal ja keine stimmung im stadion sagen jetzt mal muss kein interessiert nein ja das sind sage ich mal oder da macht es natürlich am meisten spaß zu spielen alle zufrieden scheint so zu sein dann machen wir jetzt noch ein bild mit trikot vielen dank